Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal ein bisschen später, weil ich habe einen Campcaller getestet zum vloggen. War auch eine ganz schlechte Idee. Kein Weitwinkel, ganz schlechter Ton, aber ich denke mal für die Urlaubsfotos reicht es, beziehungsweise für die Urlaubsfilme. Ja, also der bleibt auf jeden Fall hier. Jetzt wird erstmal weitergefilmt mit dem iPhone, bis ich was besseres gefunden habe. Ich habe alles versucht, den Ton nachträglich noch ein bisschen zu verbessern. Könnt ihr vergessen. Also Finger weg, wenn ihr vloggen wollt von diesem Campcaller. Ich sage jetzt auch nicht, wie er heißt. Darauf gehe ich dann ein, wenn ich die Tage mal diese ganzen Videos für Hashtag IT verstehen drehe, dann gehe ich mal auf die Sachen ein, die ich hier so umliegen habe und auch wieder auf Datenschutz und so weiter und so fort. Von daher habe ich den Vlog einmal Cut. Das war, die ich vom iPhone noch hatte, von heute. Das habe ich dann, nehme ich jetzt heute noch mal mit in den Vlog rein. Also so kann, eine Kamera kann einen ganzen Vlog zerstören. Also seid vorsichtig mit euch. Prüft das erst und dann Vlog los. Nicht so wie ich heute. Aber ihr wisst ja, Versuch macht klug. Also gut, jetzt muss ich noch mal eben arbeiten. Und wir sehen uns dann gleich noch mal ganz kurz wieder. So wie ihr seht, habe ich ein bisschen gearbeitet. Es ist jetzt auch schon neun Uhr durch. Ähm, seid mir nicht sauer. Also, ähm, dass ich heute nicht viel gelockt habe, beziehungsweise ich habe viel gelockt, nur ist halt nichts geworden. Ähm, wird mir eine Leere sein. Ähm, Donnerstag werde ich das alles wieder gut machen. Ähm, ja. Also, ihr wisst ja, also das Wichtigste ist ja immer, dass man aus seinen Fehlern lernt. Also das merke ich als Arbeitnehmer, als Unternehmer, ähm, da müsste dann auch mal drüber stehen und sagen, okay, das hat heute nicht geklappt. Ähm, ich bin dann immer zumindest einer so, der versucht, das zu retten, was zu retten ist. Ähm, beziehungsweise ich habe gesagt, gut, jetzt ist das nichts geworden. Ähm, sollst du den Vlog jetzt ausfallen lassen? Ich habe immer gesagt, nee. Ähm, ein bisschen was hast du immer zu erzählen. Und, ähm, da habe ich mir gedacht, komm, ähm, mach mal eben neu. Ähm, mach mal einen kleinen Mini-Vlog zumindestens. Ähm, ähm, Donnerstag habe ich, wenn alles gut läuft, sorry, bin gerade ein bisschen heiser. Ähm, ähm, Donnerstag, also wenn es gut läuft, bin ich den ganzen Tag am Vloggen, weil ich dann frei habe, wenn sich nichts ändert. Also, ähm, könnt ihr schon mal darauf gespannt sein, dass es wesentlich besseren Inhalt gibt. Ja, also, ähm, damit beende ich heute auch mal den Vlog, also heute mal extrem kurz. Ähm, nicht ohne euch noch einen Tipp zu geben, steht zu euren Fehlern. Und, ähm, lasst euch von denen aber auch nicht runterziehen. Das gebe ich euch heute noch mal mit und sag immer, sag wie immer, mach was und dann bekommt ihr auch was. Also, bis Donnerstag und dann habe ich auch hoffentlich wieder Stämme. Ciao, ciao. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal.